Was in dieser Folge geschehen wird. Double Pumpen? Das ist Double Pump, Freunde. Hit? Mein Gott. Tja mal, Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren leckeren Folge. Viele denken, Double Pump ist weg, aber es gibt einen kleinen Trick, wie man den noch benutzen kann, und zwar mit einer goldenen Pump. Und den goldenen Revolver funktioniert es wirklich am besten. Ihr könnt wirklich mit der Pump schießen, aber mit dem Revolver, weil die Revolver ist auch eine sehr präzise Waffe, mit der du ganz oft schießen kannst und sehr viel Schaden machst. Vertraut mir, Freunde, in diesem Video werdet ihr sehen, das ist krank. Viel Spaß mit dem Video, let's go. So, Freunde, wir landen Stark Industries. Das muss ich schon sagen, nach dem Update meiner Lieblingsstadt gewonnen. Aber ich glaube, die wird nur temporär bleiben und nicht die ganze Zeit. Schade, aber auch, naja, ihr wisst ja, man hat auch die zwei Rips hier, man hat Autos hier, man hat hier, man hat so viel Stuff, ne? Dann soll ich mal abfucken, komm. Ja, so fackt man ab, Freunde. Hä? Ah, da hast du. Warte, so, ich hab mir gehört, hab ich ihn noch nicht. Aua! Leckerli! Das ist auch mal schön, Freunde. Bam, 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 bam. Oh, 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 oh. Er wollte tanzen, er dachte sich einfach scheiß drauf. So, dann wollen wir mal gucken, dann. Einmal mit dem D-Waffe, wir hören Gegner dort. Aua! Charge Shot von einem Blau, Digga. Why not? So lange, oh, wir hören Lambo gerade draußen. Uiuiui. Die beste Waffe. Einfach hier, random, die beste Waffe, Freunde. Der Typ hat ein bisschen Lambo und haut einfach ab, Digga. Headshot. Lol. Ey, auch goldener Revolver. Ey, ich sag's euch. Das zeigt mir nur, man muss in dieser Runde double pumpen. Vertraut mir, man muss double pumpen. Ihr fragt euch, hä, was redet der? Ja, man muss double pumpen. Ich nehm aber diesen Unibeam trotzdem mit, weil er einfach overpowered ist. Wen haben wir denn da gehört? Wen haben wir denn da gehört, Digga? Let's go, let's go, let's go. Wie geht's nicht gerade? Was haben alle mit diesem komischen Spot, Digga? Was haben alle mit diesem komischen Spot? Oh mein Gott, Energiegewähren, Gold, Digga. Der ist schon hart, Digga. Was hast du für harte Waffen gerade? Aber warte, für double pump brauche ich doch eigentlich die, ne? Die normale Pump. Die Waffe ist halt einfach zu doll, Digga. Die muss ich mitnehmen. Die muss ich mitnehmen. Da kann ich nicht Nein sagen. Das ist genau das, was ich brauche für double pump. Oh mein Gott, mein Setup. Oh mein Gott, zweimal goldene Pump. Ich kriege, ich halte, ey, ich halte meine Schnauze jetzt gerade. Das ist jetzt ein wildes Setup, was ich gerade habe. Ich muss zugeben. Der zweite ist Action, Digga. Wir klären das jetzt, Digga. Wir klären das jetzt. So. Drei goldene Waffen. Geil, ne? Ich habe einfach nur goldene Waffen und alles so heftige Waffen. Schade, Digga. So, Freunde. Let's go. Double pumpen. Double pumpen. Wie geht Double pumpen, fragt sich jetzt jeder. Man schießt da mit... Also man schießt mit einer Pump... Okay. Okay. Das ging schnell. Ich glaube, der Unibeam, so overpowered wie er ist, Digga, wir verstecken wir einfach hier. Eigentlich braucht man den gar nicht. Heute geht es nur ums Double pumpen. Wir wissen ja, dass der Unibeam overpowered ist. Heute wollen wir nur Double pumpen, okay? Let's go. Ist hier irgendwo in der Nähe noch Gegner? Irgendwie nicht. Gehen wir weiter. Gehen wir Richtung Solte angelehnt, oder? Vielleicht werden da welche kommen. Da waren überall auf jeden Fall Leute, die gebaut... Oh, da vorne. Oh, da schießt auf mich. Double pumpen. Double pumpen, Freunde. Wenn du sagst, du wolltest. Das ist für mich, ist das Double pumpen, oder? Das ist genau das Gleiche. So. Gehen wir aber weiter mit unseren leckeren goldenen Ehrenzeitraum. Oh Gott, ein Lambo. Mein Wagen. Das sagt Lambo. Bum, Bro, geh Richtung Solte. Gehe Richtung Solte. Gehe Richtung Solte. Gehe Richtung Solte. Gehe Richtung Solte, Bro. Ja, genau. Schön über die Straße. Schön über die Straße. Genau über die Straße. Und jetzt muss ich abfacken. Oh mein Gott. Nein, mein Heli. Bleib bei der Solte, Bro. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Double pump. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ah, Digga, was hat F und Stuff. Dr. Doom Sachen, okay. Oh. Nein, ich lasse sie nicht am Leben. Nein. Nein, ich bin nicht korrekt. Ich gehöre nicht zu den korrekten Leuten. Ich bin der dreckige. Ich bin der dreckige Hase gerade. Okay. Wir haben jetzt den auch rasiert. Sehe ich noch irgendwelche Gegner hier? Irgendwie nicht. Ich geh rüber. Ich kreie mir auf jeden Fall. Die Splash ist da vorne. Wurde gefeiert, sehe ich gerade. Oha, hier war jemand. Hat die Splash mitgenommen, oder wie? Kann das sein? Ja, hier war jemand. Dann hat die Splash mitgenommen. Aber hier liegt nur noch mein Unibeam. Dann nehmen wir mal Unibeam mit. Aber Powered angelegt. Er baut sich zu, guck mal. Oh, nicht getroffen. Dann muss ich ja Double pumpen, Freunde. Hit. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Was habe ich gerade mit Dingen gemacht? 200 Damage, Digga. Auf lecker. Ey, diese Pistole ist auch krank, Digga. Ohne Witz. Das ist wirklich die einzige Möglichkeit zu Double pumpen, Freunde. Okay, sie da oben waren auf jeden Fall. Da oben hat sich jemand etwas gebaut. Ich hoffe, ob das jetzt aktuell ist. Gucken wir jetzt einfach. Da. Ist da noch jemand drin? Nö. Ist da noch jemand? Gucken wir. Aha. Vielleicht da im Gebäude. Hm. Schwierig. Ist hier gerade kein... Ist hier kein einzigen Gegner? Oh, da vorne. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der war gut gerade. Oh, was hast du denn so schönes für mich? Oh, Hit? Hit? LOL. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, gucken wir weiter, Freunde. Gucken wir weiter. So. Wir haben 14 Kills. Das ist lol. Warte, 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 warte. Ein Auto hin. Scheiße. Nein, nein, nein. Ich brauche meinen Heli. Oh, shit, Digga. Mein Heli. Nein. Mein Heli. Nein. Mein Heli. Headshot. Beide mit Headshot eliminiert, Digga. Apoidee bleibt still the best player of the universe. Ich glaube, diese kleinen... Oh, ich habe 3000 Mets, Alter. Oh, lol. Ich glaube, den Fisch, den ballere ich mir rein. Und den neuen Heli nehme ich mir auch, Digga. Warum nicht einen neuen Heli? Warum nicht? Ey, mein Setter bist ja richtig overpowered, ne? Ey, diese Pistole ist ja... Also dieser Revolver ist ja so unterschätzt. Oh, shit, Digga. Oh, Hit, Digga. Das ist ja wirklich overpowered, man. Ohne Witz. Der muss erst mal healen. Das heißt, ich kann erst mal zu ihm fliegen. Oh, ich wurde gesniped. Ich wurde einfach hart gesniped. Ich wurde hart gesniped, der muss uns zugeben. Komm her. Komm her. Krank. DarkXLuffy, Digga. Da siehst du, wie overpowered das Ding ist, ne? Sei mal ehrlich. So, die Zone kommt. Ich muss es beeilen, Digga. Oh, nicht, dass ich gesniped werde. Oh, mein Gott. Ich habe so einen Schock bekommen. Ich habe gesniped. Ich dachte, ich wollte gerade wieder gesniped. Oh. Ich habe kein Ding jetzt. Oh, Gott. Ich kann nicht Ding jetzt. Digga, ich habe keine Bounce-Bats, Alter. Keine Bounce-Bats. Okay. 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 Okay, Freunde. Okay. Freunde, wir müssen jetzt aufpassen. Wir haben leider kein Boot mehr, Freunde. Oh, er wollte mich wieder snipen. Ich habe kein Boot mehr. Wir haben leider keinen Heli mehr. Das, was wir aber haben. Hit! Jetzt ist er am Arsch. Jetzt ist er am Arsch, Digga. Okay. Rubble-Pump. Hahaha. Oh, geil, Digga. Gib mir deine Mets, Bro. Ich habe so viel gewasted. Das habe ich wieder full Mets gefühlt. So. Ey. Ich könnte 20-Bomb machen. Ich muss so wissen, wo die letzten Goofies sind. Äh. Die Zone ist auf jeden Fall dort. Lass einfach erstmal da hingehen. Lass erstmal da hingehen. Wir hören ja ein Heli. Sehr gefährlich. Ganz gefährlich. Okay, ich glaube, der ist irgendwo hier. Oh, zwei Gegner noch. Komm schon, den muss ich beeilen, Red. Der muss sich beeilen. Die 20 würde ich noch voll machen. Da hinten muss er sein, ne? Ich glaube... Ich könnte mich mit meinem Uni-Beam ansneaken. Wenn ich mit meinem Strahl ansneake, dann checken die gar nichts. Oh, ich habe ihn durch den Benzin-Kanister, was da passiert. Oh. Guck mal, jetzt. Heftig, ne? Ich habe eigentlich dreimal gehittet, aber da war vorher noch Spiegel am Start. Der hat gehittet. Der, der 98er war strong. Da kannst du sagen, was du willst. Der war strong. So, letzter Gegner. Oh, knapp. Der ist mir knapp erwischt. Ich glaube, keine Bounce-Bets oder sowas. Was ist das eigentlich für Fallen? Das sind so komische Fallen, ne? Wo will er hin, Digga? Da will sich hier eine kleine Hase. Wieder hoch, oder was? Come on, man. Das ist ein krasses Ende, Digga. Digga, schöne Sache. Apo RAD bleibt der größte und der beste Spaß. Ey, 56er, ey. Ich habe 56er-Preti bei 20 Kills. What? 56er-Preti bei 20 Kills, Freunde. Haut rein. Das war es auch wieder echt komplett. Double Pump ist auf diese Art und Weise noch da, Freunde. Man sieht, das kann sehr effektiv sein, Freunde. Das kann sehr effektiv sein. Haut rein, Freunde. Bis für den nächsten Mal da, alle echt. Bis zum nächsten Mal.